Musik Jojojo Leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PVZ Summit Markus Wir sehen hier ein stinkes Stinktier und Markus ist auch dabei Hallo Hallo Markus hat sich über Nacht in einen Roboter verhandelt ja erfreulich das ist der der Bekrankung er ist die Kirche immer wieder zu einem Menschen das klingt echt krank was war ich was war ich war ich war ich war ich lieb ich bin wo hat ich er hätte da er hat das stichst du mal in Polz und der seiner das ist genau das was ich sage ausreichend was anderes bis zu tun okay aber meine Drohne wurde grad vom Übel geschossen was bist du Zobio oder Erbsen ich bin Pflanze hey ich muss wohl die Erbsen Alter das klingt einfach übel krass das klingt einfach übel krass hat er nicht nur zu wer wir haben die so 20-jährige eiskalt Zwischen es klingt zaugeil Watteport erneut ihr merkt schon was hat ein Spielzeug gefunden ja auch ich Hürgen Krupp ich kann nur Höhle und Tierfeuer einstellt als die ja da kommt schon den Teleporter sollte ich jetzt haben und es leckt schon wieder er davon hat sich schon wieder kein Dematch ich hasse pvz im Moment ohne Scheiß erst kommen die Aufnahmen überstunden wenn ich jetzt schon die Stunde aufzunehmen ich bin dort Jo ich bin ich und pvz hat das recht und jetzt wo die Aufnahme läuft fängt hier das Lecken an aber ich werde geheilt ich werde geheilt was legt auch noch hier alter komm schon der Teleporter muss doch irgendwann mal down gehen ok der Teleporter ist down ich werde jetzt immer mit dieser Stimme aufnehmen ja die Stimme jetzt eigentlich weiß ja so fast so schlimm wie hier aus dem General ist naja eigentlich geht es nicht das müssen wir mal Foto machen ha 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 schluss aus du musst dir das nicht ey du zockst ja vielleicht heute noch mit ihm ne du musst ihn so begrüßen ne du musst ihn so begrüßen ne du aufnehmen und aufm Kanal hochladen was musst du auch glauben du musst das aufnehmen damit ihn so begrüßt hier reagiert ich jetzt nicht ne ha 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 oh nein so zum komischen Namen angehen nickname in tiers yo mr roboman Foto 0815 ne ne ich mich da nicht ha 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 ich bin der Doppelgänger das böse ich ich bin Doppelgänger höchstpersönlich Prozent das Sündlich läuft wo jetzt a ich muss sagen das stimmt ja auf wird gefällt mir Strecke ja finde ich erst mal ich hab den Teleporter zerstört da vorne ist es nicht ab Ranger, der mich abfuckt. Also ich muss sagen, Banditenkackteer ist schon eine ziemlich geile Klasse. Du spams einfach über Distanz mit einer übelsten Genauigkeit ziemlich gutem Schaden. 11 per Shot. Bei einem 15er Magazin finde ich jetzt ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, schrei halt rum, ey. Sorry, Alter. Vierer Serie. Meine Topfpflanzen machen sogar auch schon die fetten Kills. So, den hier räume ich auch noch weg. Das kann doch nicht sein. Ich bin schon wieder Pflanze und wir gewinnen einfach den ersten Garten. Ich bin fast tot. 3 HP. 3 HP. Schmeiß mal bitte den Heal an. Ja, ich komme. Pjoh, der Wicht hat es dann für mich erledigt, der. Scheiß Dixi. Okay, da ist es Kulstall da. Den habe ich gut gedematched. Der ist so gut wie tot. Boah, ich spam da aber jeder in die Räume. Schmeiß Dixi. Auch hier. Hier wird es so gut. Engel. Nein, Elektro-Mann. Ich meine es. Der wird stirbt. 4 4 4 ich habe ihn weggeholten ja weil ich bin schon angedoppelt Spaß ja, sehe ich auch so, jetzt soll ich mal wieder hin tp neun Schaden am Schuss 15 Schuss das ist ne gute Rate am tp weggeholten wow da kommt wieder der scheiß Elektriker tschüss, okay, zum Wurs was sag ich doch, Alter, so ein Spaß wir verlieren, doll ja, okay, wir haben doch nicht den ersten Garten gehalten, aber wir haben ihn verdammt lang gehalten für das, dass das der erste Garten war weil da hat man 8 Minuten Zeit, jetzt haben sie nur 5 Minuten Zeit das heißt theoretisch, wenn sie genauso langsam sind wie beim ersten Garten, dann haben wir gewonnen ja, ist ein kleiner da ja und schon wieder eingeholt du bist noch da drüben ähm ähm wird sich nur wir haben schiefs die man es z.B. das war ja die Seite reinzuhalten und wo ist eigentlich der Teleporter Köln heute natürlich rechts die Deckung hier geholt die nach links eine Drohne rüberschicken würde ich sagen die Brotter Storen da ist aber die Bonn schon wieder auf mit 2 in ein hab ich geholt zweitens habe ich auch geholt einige zwei in die Sonne K.O. zu gehen abgeschlossen ja bin ich auch komm schon der kann doch nicht mehr leben der hat nichts mehr her Heideland Resort Park Jo es war nur ein Treffer ist schon klar Heideland der 2 zum ist erledigt mit einer Kartoffelmine der mehr auch hier der braucht die Wiederbelebung ich jetzt auch aber das mal ist da und das mal ist tot damit sei ich bin aufgabe zerstöre mit der Primärwaffe meiner Drohne fünf feindliche Drohne und schon wieder von mir mit nach Miele gekillt heute ist mein Minerunde Alter die Minenrunde und schon der Teleporter muss ich verabschieden äußerstreißen sich zerstört ja Teleporter zerstört aber das geile ist halt ich mach auf die längsten Distanzen immer noch genauso viel Schaden jetzt die Kürze das ist richtig gut bei der Klasse wo war die die was neben mir steht einfach einer und ich blick's nicht aber ich glaube den Garten gewinnen wir aber ich finde ganz gut auch nein es sind einer eines kann ich sein Leute in den Garten rein da ist auch ja 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 meistens schon da das Haus ich gehe noch mal auf TP jetzt hat es wieder geleckt und darum bin ich verreckt gute Arbeit die kommen schon jetzt gehe ich noch mal snipen aber es muss jemand mit dem Garten rein sonst ist die Wahrscheinlichkeit so dass sie gleich lösen wie das letzte Mal der Teleporter ist wieder down und ich habe einen weggeholt und es nimmt wieder einer ein komm schon komm schon eine Minute und es nimmt einer ein jetzt kann ich euch ernst sein geht in den Garten rein Leute geht in den beschissenen Garten geht in den fucking Gartengarten rein ja genau fucking Gartengarten ja doppelt hält besser ich hole die ganzen Leute da oben weg die snipen ja ich habe den weggeholt ich habe keine 5er Serie am Stüssel einfach nur von hier stehen scheiß Elektrik 6er Serie einfach nur von hier stehen und den ihre Sniper wegräumen habe ich eine 6er Serie gerade am Stüssel einfach Stüssel Stüsselmann ist es komm schon verreckt nein 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 doch extra Zeit kommt schon nein nein tötet es ja leute wir haben es getötet zweiten Garten aufgeräumt wie sonst was Mr. Mr. Moore ist auch noch dabei und dabei würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von Blanche was ist Zombies ich bin zweiter Platz habe die meisten Kills gezogen 8500 Münzen und bevor wir die Folge beenden würde ich sagen hier noch einmal das neueste Update die Happy Halloween Packs kann man jetzt auch als Dicker Heftchen öffnen das heißt man kommt die ganzen Sachen die man quasi während der Halloween Zeit umsonst bekommen hätte bekommt man jetzt einfach durch diese Päckchen und dadurch dass ich gar ein bisschen viel zu viel Geld habe vor ich noch ein paar Päckchen um einfach sicher zu gehen dass ich die ganze Halloween Scheiße abgesahnt hat weil wer weiß wie lange dieses Angebot noch gilt und jetzt bekomme ich nur noch Pflanzen und Zombies das bedeutet wir haben alle Sachen von Halloween eingesackt und dann sehen wir uns das nächste Mal Servus und Ciao Ihr werdet alle sterben inklusive du München glorisch klar